Hallo zusammen da sind wir wieder in The Last Hero of Nostalgeia. So ist egal, ich gehe jetzt weiter. 350 Erinnerungen, das reicht mir. Ich gehe jetzt einfach, ich glaube ich bin da, da müssen wir hoch, oder? Geht zum Boss. Da ist eine Tür vorbei. Warte mal, da sitzt noch einer, glaube ich. Was ist das für einer? Oh, da ist noch ein Essen. Dann haben wir beim Essen gestört. Weg, eine scheiß Kübel da. Ich krieg da nicht, wer die da hieß. Hier sind wir, da sind wir nicht reingekommen. Nein, nein, ich gehe da mal hoch. Ich bin schon richtig irgendwie. Da haben wir doch den getroffen. Dem haben wir uns versehentlich unser Schild gegeben. Alles klar, gut. Dann hier. Wir machen die Pulle zu schaffen momentan. Es fliegen unheimlich viele Pulle. Und das dauernd die Nase verschnüpft. Was war denn das jetzt? Achso, das sind ja die komischen Vögel. Das ist doch was ähnliches wie Holz. Holzvögel, oder was? Fledermäuse. Das sind Fledermäuse. Hä? Komm mal, Freunde. Wollt ihr mich veräbeln, oder was? Ich hab den... Ach Gott, jetzt kommt der auch noch. Oh, die goldene Garde. Nicht so der drauf. Ist doch nicht im Eltenring. Goldene Garde. Da hat der Helm dazu, ne? Auch in Feuerstraße. Wo? Moment, da lest doch das auch mal. Wo lutscht da das Bild? Oh, ja. Viele NSCs verbündeten sich mit den Großen, um Macht, Schadenfreude oder einen eigenen goldenen Thron zu erhalten. Na gut, das ist wieder da. Da muss ich wieder... Oh Gott, nein, ja. Den da. Achterfahren und Neugierde, oder was? Mensch, weg hier da. Ich will ja gar nichts... Guck mal, die war's weg da. Und die Bank... Da will ich hier sitzen, da sitzt keiner mehr rein. Ah, geht nicht, doch. Warte mal, warte mal, warte mal. Bin ich... Ach so. Geht nach unten. Versuche es mit Glitch. Ich weiß... Ja komm, keine Ahnung was... Was er will. Den vermissen wir da irgendwie... Ach so. Ne, doch. Doch, wir sind doch richtig. Ach, da kommt schon wieder einer. Hallo, Freundl. Spar mal, ich sparte mal das auf her. Ich... Gibt's das, du dreckiges Vieh her, du dreckiges... Oh, Kirschen haben wir gekriegt. Hä? Kirschen? Oder habe ich das falsch gelesen jetzt? Kirschen? Doch tatsächlich. Hoher Fructosegehalt unterstützt anhaltende Kämpfe. Erhöht bei Verbrauch ein wenig die Ausdauerregeneration. Mit Verbrauch. Aha. Oh. Ist irgendwas dabei, wo ich brauche? Verstärkbar gebraucht. Den Mut habe ich, wenn du geschwankst, wenn du getroffen wirst. Komm. Ein wenig, jo. Dann komm, das war vielleicht nicht mehr. Mal sehen. Wer war das jetzt? Halt, ich muss was trinken, gell. So grüne, eine grüne Pflanze, ne? Wer ist denn das denn, oder was? Och. Sagen wir, eher nicht so viel, du hast... Was ist die Ausdauerregeneration? Ah, ne. Entschuldigung, die ist schon weg. Wenn das so weiter geht, können wir da auch mit nix. Oh, wer hockt denn da? Eine Zielscheibe. Kommt schon wieder so einer. Und das nervt, Freunde, das Ding. Die nerven da. Wirklich wahr. Wer steht denn da? Das ist auch so ein Krieger, ne? Ist das? Moment mal, was hat er gestanden? Unter der, unter der Linde? Könnt man ihn finde? Nö, ne? Na, ne? Gut. Beierstraße, sieht man ja. Ach, da war man. Genau. Von hier aus könnte man auch steigen dann auch. Wenn ich... Ja. Wenn ich wüsste, wie... So, das Luftzimmer, ne? Genau in der Schrank, ne? War man, ja. Genau. Was ist denn das so? Äh, was ist das? Oder runter? Oder hoch? Oder was? Haha. Lustig. Geht's ja wieder runter, ah? Ah! Ne, jetzt schon wieder. Wieder flieh. Ach, gute Leid. Jetzt hätte ich aufhört. Das ist Martin, das ist ein Nerven. Na, ist mir da noch viel gelaufen. Das ist schlimmer wie ein Eltenring. Ist da auch noch hier? Da hat sich der Öwe niedergelassen. Niederlassend gegründet, der Öwe. Ne, das sind noch einmal zwei, ja. Scheiße. Ich konnte... Ich konnte nicht... Nicht einmal in Ruhe umgucken. Immer in Bewegung bleiben. Da kommt er. Ja, ja. Woll ich denn, ne? Zugriff, ok. Zugriff können wir immer brauchen. ich muss erst mal gucken was war denn das jetzt ist eine abkürzung oder was das ist mal vermeiden gepanzerte gegner komisch das theater ach du scheiße überall die schauspieler ok zugriff gibt es wenigstens ausreichend ich habe schon wieder 3.393 erinnerungen gesammelt im zeit kann ich nichts aufhangen das ist einfach eine kulisse oder was steht da noch voraus ok das moment halt stopp abkürzung abkürzung rein jawohl klasse kennt man eigentlich nur da können wir rasten ja klar wir gehen ja hin nach unten ja ich weiss die sind jetzt wieder da aber das ist jetzt halb so wild wir gehen ja noch ohne weiter können natürlich soll dass die flatter männer aufmerksam wäre da oben zum beispiel da das ist das ein geräusch von ziltern das kommt auch nach stadt wenn der drück gefällt das ist schon wieder verloren da würde ich mich nicht drauf aber zum knapp hat sie irgendwo wenn wieder da einer rumliegt in einer holzfigur rumnagt her wenn ich grüner kräuter kot was ist denn das ist oder safety einigermaßen grüner kräuter Kot ein geheimnisvoller algorithmus der die quelle ansoff regeneriert langsam gesundheit über zwei verbrauch zugriff 6 Quellen, klar. Das ausgerechnet Quellen habe ich nicht gelabelt. Überhaupt nicht, nein. Ach so, halt! Warte mal, ist das ein Aufzug? Das ist ein Aufzug. Wo geht der hier? Ach du, wer war denn das eben? Warte mal, da hat sich jemand versteckt. Warte mal, ach du Scheiße, ich konnte... Ne, Moment. Hallo? Wir gucken gerade mal. Da ist so... Ach, da flieht! Ein Flieher! Blöd, ne? Kann ich dann doch hineingehen, oder? Geht's wieder nach oben? Warte mal, ist das jetzt eventuell... Ne, ist... So... Es ist Anna oder Annie? Ich brauche unbedingt die Fankler. Hä? Hallo? Ich habe nichts gehört. Wow! Wow, another one! Ei, 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 ei! Nicht so Sache! Another one! Ach, ne! Bitte nicht! What? No! No! No, I know! Nein! Nein! Wir waren das. Keine Ahnung. Die hat einfach ihren Satz losgelassen und ist auf uns losgestürmt. Nein! Achso! Ich muss weiter drücken. Dein Herr wird mich nicht aufhalten. Oh! Sieh nur! Oh! Komisch ist etwa! Wo? War doch nicht komisch? Ich fand das nicht komisch. Mein Herr? Wer ist denn mein Herr? Der Erzähler? Ne, ne, ne. Da muss ich mal übersehen. Was ich da mache? Ne, ne? Komisch! Ja, nun was ich da mache. Und wo geht's im Bus jetzt? Ist da noch irgendwo was interessantes? Wo geht's zum Bus? Ich hab mich total verlob. Da sind das. Oh, da wurde auch ein Ding, du in der Hand. Wir haben immer noch unseren läppigen Bebel. Da ist das, das die aus der Mine. Oder ist das überhaupt? Wer ist denn das überhaupt? Kann man nicht markieren. Das heißt. Ah jo! Das ist die aus der Mine. Kürzer. Oh! Kürzer wird länger. Basu! Das ist Zweihändler. 50 Stärke und 50 Geschick. Krass, ja. Ach gut, 205. Schade. Was wiegt dann? Äh, die Erinnerung, dieses Relikt wurde wieder hergestellt. Von wem? Von mir, ne? Ich werde nie fertiggestellt, aber von Konzept her war ich überwältigend. Halt! Meine Trägerin sollte eigentlich auch nie auftauchen. Sie zu rendern hielt man für zu teuer. Also gab man sie auf, bevor sie sich den Heldenmantel umlegen konnte. Aber fast wäre sie eine Heldin gewesen. Fast. Hätte die allmächtige Inspiration sie nicht gefunden, hätte meine Trägerin nie gelebt. Sie hat 50 Stärke. Das war sauschwer, ne? Nein, das kann ich gar nicht ausrüsten. Na ja. Okay, dann reden wir mal kurz. Sie ist sie doch, ne? Oder? Ist sie jemand anderes, ne? Ist es? Ist es? Ist es? Ist es? Ich habe gesehen, dass diese Frau dich dich konfrontiert hat. Ich habe gesehen. Ich habe eine Kreatur. Sie hat sich die Reservoir des Schmerzes. Sie hat ein sehr guter Lachen, aber... ein schweres Herz. Sie hat mir diese Blase als ein Geschenk. Ich denke, es fühlt sich die Nostalgaie in einer tiefsten Art. Aber es ist es auch, dass sie die Gefühle zu erinnern. Ich kann mir das nichts mehr Heroic. Kannst du? Kannst du? Kannst du? Manchmal fühle ich mich einfach nur... ...hier zu lassen. Ich versuche und verstehe alles. Wie... Wie ein Finger. Starrt auf seine Hand. Oder seine Arme. Oder seine gesamte Körper. Eine Sache, die versucht, zu erinnern seinen Grunde, von der Sache, die es ein Teil ist. Aber mein Körper fehlt viel Sinn. Also... Vielleicht habe ich eine Feudel-Metäfor. Ja. Ich habe auch noch. Hm. Okay, mehr gibt es nicht. Wissen wir, wer das ist jetzt? Ist das die erste... ...aste Mine? Ich würde ja auch noch schon ausgesehen. Ja. Und jetzt da jetzt nicht eine Stunde lang da rumstehen und mit der auf erzähle, oder? So. Geht mal. Geht mal. Okay, also wunder. Und jetzt drunter, oder was, ne? Naja. Doch. Mal ja herkommen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ach so, das ist so ein Vogel. Geht mal. Geht mal. Mach dich alle. Warte mal. What? Hallo? Okay, dann auch noch. Echt? Was nehmen wir? Kraut kriegen wir nicht so viel in dem Spiel. Hä? Jo, Gott. Nee. Ja, sag mal. Wieso konnte ich den jetzt nicht markieren, oder? Ach so. Vögel kannst du nicht markieren. Ja, komm. Das hab ich gewiss. Echt was. Ajo, das... ...um Spiel zu gewoll. Hä? Okay, Junge. Was ist das? Warte, du... ...und schaffte Schwierigkeiten. Komisch. Ungriges Serviette mit Ruth. So, komm, da. Wirst nicht, ob der das war. Ungrige Servietten. Gibt's A? Gesundheitsregeneration bei perfektem Block. Ja. Guck. Warte. Warte. Eine einst gewöhnliche Serviette, die jetzt durch eine unentzifferbare Runensequenz gestört ist. So sollte dieses Objekt eigentlich nicht sein. Markierst du dich selbst mit diesen Runen, regenerieren deine perfekten Blocks per Schild auch etwas Gesundheit. Ach so. Aber dann muss ich mich... Ja, wie lange hält denn das auf? Warnung. Was hab ich denn da drin überhaupt? Ausdauerschneller? Erhöht sich dein Geschick. Mach das mal neu da. Das ist ja Wetter. Probieren wir mal aus. Wie muss ich denn das machen jetzt? Halt. Ich hab das gar nicht, wie das geht. Okay. Freunde, ich weiß nicht, wie es geht. Ich hab keine Ahnung. Ich muss erst mal gucken. Ich hab jetzt gezeigt. Wie kann ich mich so nicht markieren? Ach komm her Junge. Lass doch das hier. Wo haben sie denn da jetzt die Messer hergegeben? Oder hier geben? Oder hier geben? Oder wo geben? Wegsagt eigentlich gar nicht. Ach, jetzt weiß ich schon was sind. Da hinten sind wir hoch. Okay. Pass mal auf. Ach, jetzt weiß ja einer von denen auch nicht. Geck scheiße da. Was sinds denn da noch? Dann haben wir ja gesehen wie wir da neu sind. Also wir sind immer noch im Feierabend schreien. Gut, das könnten wir uns ja auch noch ein bisschen umgucken. Oh komm her. Okay. Du hast kein Schild dabei. Oh. Du musst da weg. Der andere tippt da eben. Langsam freue ich mich. Nur da hoch. Oh. Oh. Hallo. Das war ein Astroiner Backstep. Oder wie der ist. Der Typ. Oh, was hat er da? Okay. Sag mal wieso ist denn der jetzt so über? Ach du scheiße Freunde. Ich bin einmal frei weggeroll. Ja, genau das habe ich jetzt gesucht. Ach da ist die Tür. Ach die ist offen. Ich werde verrückt. Halt, halt, halt. Ach Gott. Oh ja. Du. Da sitzt natürlich auch so einer. Warte mal. Das ist mir jetzt egal. Wow. Blöder Hund, hä? Das darf nicht wohl sein. Ach wie viele Leinen sind da ruhig gesetzt. Gucken wir jetzt erstmal. Der Drauz fliegt immer noch so rum. Gucken wir mal das Ding da. Quacksalber Krücke. Ja, das war Waffe. Warte mal gehen wir da rüber. Halt. So. Die Erinnerung liegt irgendwo im Wald. Auf zu 100. Ja gut du kriegst ja durch die Erinnerung. Was haben wir? Ach Gott sie wird da halten. Das können wir mal. Ja genau. Was ist jetzt? Achso. Wachsalber Krücke. Spezialfähigkeit. Langsenstoß. Erhöhter Schaden pro Treffer. Prima ja. Mein Träger war ein senkischer alter Knacker. Einer von vielen Helden, die von der Nacht der Macht eines großen schmarotzten. Gold hatte seinen Wert verloren. Jetzt gierten alle nach Erinnerung um zu überleben. Gnom hatte in den tiefen Nostalgeias eine Herzader angebohrt. Aber als sein Unternehmen zerschlagen wurde, suchte er nach einem neuen Weg zur Befriedigung seiner Sucht. Die Verzehrer begannen, der Verzehrer begann NSCs zu fressen. Erinnerungshaben nannte er sie. Wer Cuccio oder mehr Cucci euch gewesen hat, hatte eine bessere Lösung für sein eigenes Hildenproblem gefunden. Also stand das Bestbelohnungsgewölbe wieder leer. Mein Träger wandelte sie in Schränke zur Aufbewahrung des Snacks des Verzehrers um. Als die mageren NSCs das Unausweiche vergessen nicht länger aufschieben konnte, fand und röstete der Gnom etwas Nahrhaftes, und zwar meinen Träger. Auch er war nicht genug. So, was macht denn das Ding? Oh, die skalierte mal Luftgeschick. Gewicht ist nicht schwer, ne? Mal ausprobieren. Achso, ja, ich weiß, ich hab's vergessen. Warte mal gucken. Aha, guck mal. Ach du, das sieht scheiße aus, das Ding, oder? Wenn ich gerade ein bisschen... Ja, mal... RPG? Ne, nicht RPG. Doch. Ah, das ist Lanzenstoß. Gut, das ist... Ja, gut. Vier Tonne. Was ist? Kann man die runter schmeißen? Ne, ne? Ähm... Warte mal, du knillst. Ich hab noch sieben. Was? Wir haben dem die Anna wiedergekommen. Katana! Ach, du Scheiße. Jetzt liegen sie da rum, die Erinnerungen. Zugriff, okay. Kann man nichts sagen. So, jetzt... Kann man da runter? Ich denke, man kann... Da könnte man runter zum Beispiel. Was machen wir? Waren wir da schon? Ich hab keine Ahnung, oder? Wie das... Ne, ne, das ist... Da unten... Da unten steht da der Boss. Oh, das ist Dramaturg... Dramaturgie pur, oder? Kann man da noch raus irgendwo? Was ist denn das da? Ist das eine Tür? Jetzt ist es da dunkel hin. Ich glaube, das war's. Habe ich noch was? Uh... Komme ich schnell mal ein. Geh weg. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man runter springen sollte. Oder... Lieber nicht. Was hängt denn da auf dem Baum? Sind denn das? Türpies, oder was? Lampions? Oder Banane? Eine Banane, ja. Orange, ne Banane. Okay, das gucken wir mal da unten. Weil... Au! Sonst nicht auch greife. Die Drecks kannst nicht auch auf. Jetzt kommt nicht auf. Die Drecks, die Scheiß. Zahrendes... Ah, jo, jetzt gibt's aber. Jetzt gibt's aber. Hör mal auf. Jetzt gibt's aber. Ach, du Scheiße. Wo sind wir da? Jetzt sind wir beim Boss. Noch nicht ganz. Aber da könnte man es schaffen noch ohne. Eventuell. Wie ist er? Scheiße. Wie geht's denn da runter? So können wir alles rum. Yeah! Du bist ja durchsichtig. Okay, da muss man aber noch einmal erst gucken da draußen, weil... Hä? Was ist denn jetzt? Ach, du Scheiße. Beide wäre ich da runter. Leider da rum irgendwo. Das Drecksvieh. Ich konnte gar nicht weiter. Also so gewollt, dass wir mit 6084... Oh, nicht da runter spazieren. Sehst? Wenn wir die verlieren, sind sofort, ne? Wie in mir eine Schacht da. Naja. Und ich mach mal erst einen Cut. Bevor wir uns so in dieses Abenteuer begeben. Scheiße. Und, äh... Es könnte da noch vielleicht rei... Äh, du ich noch mal aufsteigen. Ich hab ja noch Erinnerungen im Gepäck. Okay? Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis denn, ne?